Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute wieder bei LizzieCraft01 und Sofacrafter HD. Hallo. So, wir spielen hier heute auf dem GOMHD-Server. Und zwar spielen wir den Spielmodus Cores. Ich hoffe, dass das jetzt alles klappt und dass wir diesmal eine richtige Runde mit richtig viel Action haben. So. Mich wundern, die LizzieCraft01 ist leider aufgegangen. Die hat leider einen Fehler gehabt und musste aufgehen. Aber es ist ja wohl hoffentlich jetzt nicht so schlimm. Wir bekommen das auch bestimmt noch ohne LizzieCraft01 irgendwie gerissen. Wie heißt denn der Fehler? Der Fehler heißt, sie musste auf. Oder der Fehler heißt Materia. Das könnte auch sein. Nicht, habe ich nicht mitbekommen. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Ja, genau. Wir wollen nämlich einfach nur das Gegnerteam komplett zerbersten lassen. Wir haben schon zwei coole Runden hinter uns. Zwei coole Runden. Aha. Das hat sich falsch angehört. Wer das mitbekommen hat, Hashtag stellen da in die Kommentare. So. Wer soll es nicht mitbekommen haben, auch Hashtag stellen da in die Kommentare. Genau. So. Wer das Video sich nicht angeschaut hat, bitte Hashtag useless in die Kommentare. Für ich bin nutzlos. Weil ich die Videos von YxyCraft01 nicht schaue. Ja, stimmt. Wow. Man muss auch hier Holz farmen. Man hat auch kein Stackholz im Inventar. Ach ne. Vielleicht wolltest du auch einfach nur wegkriegsen. Kommt das von dem Kopfhörer oder äh... Sag mal, wer baut da vorne so schnell? Ist doch gut, dass die so schnell bauen. Das könnte ein Hack sein. Oder was? Oder... Ich weiß nicht. Ich habe nichts gesehen. Ich habe mich da raus. Ich habe ein Eisenschwert. Da kommen... Oh, da kommt das Gegner. Aber ich glaube, da war echt ein Hacker. Aber ist mir egal. Das ist nicht mein Problem. Ah, super. Ich habe aber jedenfalls ein Eisenschwert. Lag in der Truhe. Der hier kann sich aber auch ganz gut rüber bauen. Aber jetzt nicht mehr. Der nächste läuft... First Blood Achievement erzielt. Nice. Ist mir jetzt mein Internet weg? Ach ne, ich dachte gerade... Und tschüss. Und nicht tschüss. Nein! 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 Oh nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Ich will das nicht. Doch! Nein! Nein, bei uns! Nice! Der erste Chor ist schon einfach weg. Alter, komm! Der soll mich mal treffen. Alter, jetzt hat er... Oh, jetzt hat er mich zu oft getroffen. Okay. Jetzt hat er mich doch zu oft getroffen. So, wiederbeleben. So, hier gibt es in der Base ganz viele Diamanten und man kann sich ein richtig gutes Surferschwert machen. Aber es kommt eventuell in einem anderen Video, in einem Tutorial-Video, wo es auf der Map die Dias gibt und wie man da rankommt. Ja, das kommt in einem anderen Video, nicht heute. Ich weiß gar nicht, wenn das Video rauskommt. Es wird sich dann ergeben. Es wird sich dann ergeben, wenn es soweit ist. Oh Mann, ich kann mich irgendwie nicht rausbauen. Ich habe hier die Blöcke mehr. Der hat nur meine Blöcke gestohlen. Mann! Hat er dir deine Blockschens weggenommen? Ja, hat er. Böse. Böse. Alter. Der hat sich ein bisschen zu viel rumgedreht. Useless Cake Face. Natürlich. Der ist auch useless. Genau, der hat mich nämlich getötet. Also ist er useless. Gehen wir zusammen zu Team Blau. Ich bin schon auf dem Weg. Du bist schneller als ich. Nein, nein, nein. Hack, hack, hack. Hack, Dislike, De-Abo. Hater-Kommentar. Und so weiter. Ah, da ist ja schon unser schöner Gegner. Gegner, natürlich. Und ich werde dann mal gehen. Hallo, Herr Gegner! Haben Sie denn nicht vor, mal irgendwas gegen mich zu unternehmen? Hey, der hat mich eben getötet. Den kill ich jetzt. Nice. Ich habe einen Gegner gekillt. Der mich davor getötet hat. Ich habe voll... G... Habe ich nicht? Ja. Ich bin einfach die Wand... Ich bin einfach runtergesprungen, weil ich das nicht gesehen habe, dass es ein Abgrund ist. Nee, aber... Kein... Nee, ich habe aber echt kein... Nee, du bist ja auch kein Pro-Player. Nee, ich bin absolut kein Pro-Player. T-T, Hack, erbärmlich, nice, report ist... Report ist raus. Ja, und? Ist nicht mein Problem. Kaka. Hä? Kann man sich mit nur drei Buchstaben benennen? Lol. Enjoy SK, oder? Ja, ja, auf... Auf... Aufnahme... Lauf... Lauf... Lauf mit... Ey, läuft... Läuft... Aber... No...